Musik Sie verbindet 10 Länder und fließt mehr als 350 Kilometer durch Österreich. Die Donau ist die wichtigste Wasserstraße Europas. Musik Die Schleusenaufsicht der Viadonau regelt den Schiffsverkehr an den neuen Schleusenanlagen der österreichischen Donau. Insgesamt werden mehr als 100.000 Schiffe im Jahr geschleust. Musik Der reibungslose und sichere Betrieb der Donausschleusen ist ein wesentlicher Faktor für eine funktionierende Wasserstraße. 70 Millionen Liter Wasser füllt eine Schleusenkammer. Pro Kraftwerk gibt es zwei Kammern mit einer Länge von mindestens 265 Meter. Eine Schleusung dauert rund 20 Minuten. Überwacht und geregelt wird alles aus der sogenannten B-Stelle der Schleusenaufsicht. Die Schleusenkammer wird der Kontakt zum annähernden Schiff aufgenommen. Die Schleuse darf passiert werden. Die Schleusenaufsicht ist rund um die Uhr besetzt. Von hier aus wird die Hydraulik aktiviert. Diese muss nun das 300 Tonnen schwere Stemmtor bewegen. Musik Die beiden Flügel sind geschlossen. Jetzt wird die Schleusenkammer über Kanäle aus dem Oberwasserbereich gefüllt. Musik Das Wasser in der Schleuse steigt und hebt das Schiff innerhalb von ca. 15 Minuten. Musik Das Hubsenktor im oberen Bereich der Schleuse ist vollständig abgesenkt. Von der Schleusenaufsicht folgt nun das Kommando zur Weiterfahrt. Musik Entlang der Donau gibt es insgesamt neun Schleusen. Mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Schichtbetrieb sind für einen funktionierenden Verkehr verantwortlich. Das Team muss auf mögliche Unfälle und Havarien vorbereitet sein. Die Ursachen sind sehr breit gefächert und reichen von technischem Gebrechen hinüber schlechte Witterungsverhältnisse wie Sturm bis hin zu menschlichen Versagen. Musik Bestens ausgebildete Schleusenmitarbeiter der Wir-Donau garantieren einen sicheren und reibungslosen Ablauf. Jeder Handgriff muss sitzen. Eine gute Ausbildung ist Voraussetzung. Musik Ein neuer Schleusenmitarbeiter hat ca. 4 Jahre Ausbildung. In dieser Zeit hat er zahlreiche Prüfungen abzulegen. Unter anderem eine technische Prüfung für die jeweilige Schleuse, das Schiffsführer-Patent und auch das Funker-Patent. Musik Die Donau ist der wichtigste Wasserweg Europas und eine gut funktionierende Infrastruktur ist die Voraussetzung für den internationalen Schiffsverkehr. Via Donau steht für Sicherheit und garantiert einen reibungslosen Weg durch Österreich. Musik Die Donau ist der wichtigste Wasserweg Europas und eine gute Ausbildung. Musik Untertitelung des ZDF, 2020